Gibt's nen T-Rex hunden? Natürlich! Oh, ich glaub dem anderen sein Ei jetzt. Möcht der nachts nicht, oder? Doch, eigentlich schon. Sicher? Ja, sie ist sicher. Das ist mir so aus. Der andere packt immer noch in den Kopf in der Wand. Kannst du bitte noch warten, bis ich die vier Dodos in die Base hab, weil dann kann ich wenigstens irgendwas machen. Irgendwas machen. Kannst du wirklich, der merkt das. Ja. Dass man mit so nem Ei eigentlich anfangen kann. Was? Dass man mit so nem Ei anfangen kann. Kamala, steht doch drin. Kippel kannst du draus machen. Steht doch drin, wenn ich's geklaut hab, oder was? Nein, wenn du davor stehst. Nein, jetzt hab ich's repariert. Du kannst einerseits Essen machen, was dir saugut schmeckt und viel Life bringt und die Dinos besser tamen. Das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Das Ei ist weg. Ach Gott sei Dank. Ach Gott sei Dank. So, jetzt sind Türen drin. Aber die muss ich noch PIN-Coden hier eine. Hab ich's ganz vergessen, wa? Ja. Oder was ist denn das? Oh. Hier wird irgendwas geschlachtet. Wow. Ist das ein Raptor? Oh mir noch ein Raptor? Die könntest du mit viel Glück, kannst du die eigentlich auch niederhaaren mit Fäusten. Versuch ich. Ich hab in der ersten Folge direkt einen umgenietet. Ich hab auch mal einen geschaut. Ich hab auch mal einen geschaut. Ich hab auch mal einen geschaut. Antwortet der Server bei euch gerade? Er packt, er packt, er packt. Ja, der Server spackt gerade. Normal. Hör zu Raptor weg. Normal. Ich didel mal die Sodos um. Ich siedel mal die Dodos um. Mach das. Ist er da da. Ist er da da. Kann ich den Ton prügeln oder was? Versuch's ja, warum nicht? Also das klappt schon. Du musst aber aufpassen. Du kannst ihn einerseits ins Koba prügeln und wenn du dann nochmal... weiter prügelst, ist er tot, aber das siehst du ja. Oh, das funktioniert voll super mit der Tür, ey. Ich flip aus. Hast du den Raptors? Oh fuck. Der greift. Oh fuck. Dreh dich um. Verpiss dich von dem Dodo. Verpiss dich von dem Dodo. Nein, 12. Was? Mann! Ey, der kam aus dem Wasser. Wollte mich verarschen. Bitte was? Der kam wo? Wieso kommt ein Dilo aus dem Wasser? Vielleicht hat er gebadet? Und 11 wurde jetzt zu den Piranen. Ich drehe am Rad, Alter. Der kam wo? Der? Was ist gerade passiert? Ist im Wasser. Ich hab gerade gar nichts davon. Danni fahnt gerade Dodos. So. Wurde ich den Raptor gekillt? Keine Ahnung, ey. Es ist immer weg. Naja, passt doch. Na gut, ich bringe jetzt erstmal. Jetzt öffnen wir mal dieses kleine Tor hier. Ich hasse das, ey. Der schweiß Pissmilk. You're starving. Find's damit du eat fast. Oh oh. Fast. Ich se gar nichts. Und hier ist Tor. Ey, ich mittlerweile auch nicht mehr. Deswegen muss ich jetzt langsam zum Base, um die wenigstens drei Dodos abzugeben. Oh, was zu essen? Ne, ich hab ja ne... Im Lagerfeuer ist Fleisch. Wo ist das Lagerfeuer? Jetzt oben wahrscheinlich, oder? Nein. Nimm nicht alles raus. Ich will da auch noch was von. Ich seh nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Ich seh... Ich seh nichts. Ah, der Mond. Nice. Nein, Dodos, nicht da runter! Nicht da runter! Rein durch die Tür! Nein! Boah, das war das. Da oben ist ein helles Licht. Ah, Dodos. Da oben ist ein sehr helles Licht. Dodos. Das bin ich. Kommt ihr jetzt mal rein hier. Komm rein! Ja! Ja, komm rein! Ah, ich seh nix hier auf der Brücke. Ich glaub, ich darf gleich. Ja, relaxen. Total. Echt, bei mir geht's. Oh. Irgendwas im Hals, ey. Ein Klo. Nee. Ein Klo. Nicht die Klippe runter, ihr Dodos. Was machst du denn? Ich bring die Dodos nach Hause. Wieso form ich die eigentlich, wenn du so die Klippe runter schmeißt? Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Für mich blinkt alles rot. Ja. Weil wenn du Hunger kriegst, kriegst du Leben abgezogen. Wenn du Leben abgezogen bekommst, wirst du langsamer und äh... Frags. So, mal durchzählen. Und nach einer Zeit, äh... Dodo eins... Weil du Hunger hast, werden dann im Endeffekt deine Beine gebrochen. Und äh... Da kann man nicht mehr gehen zum Schiffen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Vier, fünf... Wo ist Dodo sechs? WM is life. Sechs ist weg. Alter, was ist mit dir? Komm doch, Alter. Sieben fehlt. Acht. Wieviel Dodos hatten wir? Zehn hatten wir, ne? Ja. Fehlen aber ein paar. Was? Wegnet's? Ja, vielleicht sind die nur die Klippe runtergerutscht. Alles gut, Dani. Ja. Nur die Klippe runtergerutscht. Normaler 13 ist so doof, ne? Ich kill dich gleich. Wie langsam bist du denn, Alter? Ach ja, hier ist der, der im Stein festhockt. Befreie den. Da sind die Dodos. Sechs und sieben. Ich bin im Haus und sehe nichts. Gar nichts. Open. Mach dir ne Fackel. Fackel ist ne gute Idee. Oh Gott, ist das hell. Oh Gott, wie macht die F*** aus, Alter? Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Ja, jetzt regnet's auch noch. Jetzt ist natürlich echt scheißdunkel grade. Also hier unten sind's sich. Ich seh' nur schwarz. Gar nichts. Ich hab' ne Tür aufgemacht, oder? Äh, Mammut, was machst du denn hier unten? Hast du gerufen nach dem? Ja, aber eigentlich war ich außer Reichweite. Safe? Ziemlich safe. Reichweite ist hoch, das weißt du. Ja, das hab' ich grad auch festgestellt. Wird's denn wieder hell? Äh, in... Ungefähr... Zwei Stunden? Alter, Falter. Du hast die Tür echt gut am Markt geboren, ey. Aber gut, ja. Was? In zwei Stunden? Ja, In-Game-Stunden. Ey, ist das gewollt, dass man durch die Tür nicht durchkommt? Muss dich bücken. Muss dich bücken. Ist ja geil. Ist ja auch nur ne Dodo-Tür, Dani. Alter, ist ja nicht doof. Diese Dodos sind echt doof. Ich bin in dem Darkroom. Kommt jetzt doch einfach durch die Tür durch. Du hast nur das geschafft. Äh, bin mir nicht sicher. Mit Geduld. Das PIN-Code. Ich bin hier, ey. Sag mal, Achim, was machst du eigentlich? Ja, ich fahre nicht mehr raus aus dem Darkroom. Ich fahre nicht mehr raus aus dem Darkroom. Ich fahre nicht mehr raus aus dem Darkroom. Wir haben mit den PIN-Code. In dem Darkroom. Gut, floor, root, or doorlooh, an der door. Oh nein, jetzt bin ich immer am Floor. In demной store. Right, we Ich bin wohl... ... ein guter Dorfraum. Kann ich ihn nur kaputt machen. Dann kommen wir nicht mehr raus! Wir kommen gleich und... Ah, da ist kommt gleich einer und hilft dir. Oh, ich seh hier was. Oh, ich seh hier... Oh, nice! Geh raus. Oh ne, ich glaub das ist die Tür. Dann halt nicht. Geh einfach bitte nur durch die Tür. Und nicht die Klebe runter. Die passt noch gar nicht durch die Tür, oder? Doch! Du kannst mal versuchen, unten diese Schwelle wegzureißen. Aber vorsichtig. Boah, ich hab's rausgeschafft. Ja, da ist unten... Boah, jetzt ricken sie auch noch, ey. Das hat nicht funktioniert! Alles weg! Ja, aber die Dodo sind böse. Oh ja, dann setzen wir die Tür woanders hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Oh oh! Da ist ein Raptor, der Money angreift. Und es leckt wie Hölle. Alter Schwede! Jo, bitte. Mach keinen Scheiß. Okay, Money regelt. Ja, wirst du mal herkommen und Money retten. Oder holen. Wieso du hast denn das da drunter gebraucht? Ja, aber dann mach ich das mit der Tür. Ja. Ankylo, machst du ja was mit dem? Oh! Junge, Junge. Oh ne, jetzt kein... Oh! So, wo bist du? Unten. Äh, bei nem Graveyard. Da wo das Graveyard war. Draußen. Wo war... Ah, okay, ja. Ne, ach so, ja. Ne, ja, doch, ne, doch, ne, ja, doch. Da wo ich gerade war, also. Ich komme mir gerannt. Ne, gru... Geraced. Da, ich sehe dich. Hä, du hast das nochmal, doch. Hast du alles okay? Ja, ja, aber... Äh, das ist ein Raptor. So, ja. Gut. Die drei Dodos sind drin. Du musst, äh, die Tür bauen und dann Wandering enablen. Ach... Diese Dodos sind so nahe... Der... Gefahr ist große... Was macht denn der große Turm in der Mitte? Also dieser... Was? ...Gelbe Turm. Ja, das sind... Da kann man, wenn man genug Ressourcen dafür hat... Also muss man auch bestimmte Sachen sammeln. Und dann, genau. Gibt's nen Endboss quasi, genau. Ja. Es gibt nen riesen Affen, ne riesen Spinne... So ein Dillofosaurus oder sowas süß. Ein ganz kleiner. Dann nimmst du das Mammut? Ja. Ja. Ja... Ja... Jetzt... Following Hubert? Achso, ja. Klar. Aber das mit der Tür wird echt... Puh. Wollen wir dann lieber erstmal... Ein Kaunstück immer rausnehmen und dann die Tür machen, weil... Weil ich weise... Also ich weise... Wie hast du denen Dodos da hinbekommen, Alter. Ich find das Wahnsinn... My respect. Und die Nummer 8 ist übrigens auch der Starke? Nein, 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 nein. Dodo dodo dodo. Nein! Nummer 6. Nummer 6. Was macht der denn jetzt? Nummer 6! What the fuck, Alter. Ich hab' das Schlangen. Ja. Machen die was? Ja, die ist sogar recht groß. Ja, die hier war... Die muss wieder passen Niske aus Harry Potter, ey. Und den Titano-Noah, Alter. Warum haben wir nicht alle schon Schlangen gesehen außer mir? Alter, weil es im Sumpf ungefähr 100 Milliarden Schlangen gibt. Okay, dann geh ich jetzt gleich mal in den Sumpf. Schau ich tief in den Fäusten? Wow! Oh, das ist echt recht groß. Lauf! Oh, die befolgt mich! Ja, klar. Alter, die Folge kannst du schon mal nennen. Achim zuerst ist mal arg. So was, ja. Oh, die kommt. Ich muss jetzt erstmal was essen, ey. Ich nippel grad sowas von ab. Lass mich doch runter! Ich hab's abgehängt. Ich saue mir mal 8 wieder ein. Was ist der denn? Oh, noch ne Schlange! Ja, es gibt viele im Sumpfgebiet. Und in meiner Hose. Das war kein Witz. Oh, ich läuf schon wieder da und ohne T-Shirt rum. Ja! Komm, lauf bitte einfach drüber! Oh, ne Schlange! Lauf doch einfach drüber! Lauf doch einfach drüber! Lauf doch einfach drüber! Ja! Nein! Toll! War da noch eingepennt oder was? Was? Titan Bohr, allerweil 36 hat mich gekillt. Was hat dich gekillt? Titan Bohr. Titan Bohr? Ja, das ist die Stange. Ja. Ich weiß. Aber ich glaub, er war müde und ist eingepennt und hat mich gekillt. Ja, ich glaub, die Schlange verteilt auch Gift oder sowas. Kann schon sein. Das heißt, Mating... Ach, Mating... Ach, das muss erst laden! Die müssen echt in der Nähe bleiben, sonst funktioniert das nicht. Ja. Ich hab zwei Eier schon gefunden. Dodo-Eier. Jo. Jo. Gekka. Ganz so wieder hell, ja, ne? Jo. Wenn du Eier von deinen eigenen Tieren nimmst, greifen sie dich logischerweise nicht danach eben. Okay. Und die Eier sind wichtig. Oh, das ist wieder hell, der Tageslicht. Dani, wir brauchen wieder nen Kompost. Wieso hast du hier eigentlich so nen... Was? Alter, ich komm nicht mehr über den Zaun. Hallo? Wenn ich drüber komm, kommst du auch drüber. Ja, die Dodo ist plocken. Oh. So. Ähm. Wieso hast du hier eigentlich so nen Eck drin und nicht gerade gemacht zur Wand? Ähm. Ich hab dem Stein einfach so gefolgt, dem Stein verlaufen. Ja, stimmt. Passt. Passt. Ich weiß nicht, wieso ich dich krisisier... Ich weiß das auch nicht. Und jetzt... Oh, so viel Herzchen. So, das waren jetzt drei Jungs. Jetzt brauch ich echt mal wieder Weiber, Alter. Bau mal nen Kompost. Erstmal. Hab ich gebaut, du hast ihn abgerissen. Ja, weil ich das Gewächshaus umgestellt hab. Oder weggenommen hab. Weil dann können wir endlich nur an machen. Wenn der Klerer nur noch am Boden ist, kann ich den schlagen. Ja, aber dann fliegt er sofort weg. Ja, aber dann fliegt er sofort weg. Pasauer. Ah, ja. Also, Schede. Äh. Was würdest du kommen kostet? Wir sind Eier von Parasauren. Wenn ich die klaue, dann... Gibt's Beef. Gibt's Haul. Oh ja. Oh ja, gibt's. Von was hast du was geklaut? Parasaurus. Parasaurus? Der greift doch nicht an. Ja, der ist doch einfach weg. Oh, es packt sich gerade. Parasaurus greifen wir an, lol. Ja. Wahrscheinlich nur, wenn man das ein killt. Weil ich auch würdest von dem Parasaurus gekillt. Ja, sag ich doch. Das hat er auch gerade gefragt. Gibt's irgendwie für das... Also nach dem Ende von das Schlichteste. Ups. Plötzlich gespawnt. So. Ach, ich bin bei der da. So, ich habe jetzt die Tür an einer anderen Stelle gemacht. So, ich bin an einem Haus gespawnt. Bestimmt nicht an unserem. Ne. So wie ich dich kenn. Bojan. Ich muss mal schauen, wo dieser Komposthaufen... Ein Dilo wo sauer ist. Was ist das? Leute, greift mich an. Ja, ein Dilo halt. Ne. Ja, so ein kleiner. So ein Mini. Kann das sein, dass du die Komposthaufen gelernt hast? Nö. Oh, jetzt sind es zwei. Drei. Hier. Warte, ich guck dich mal. Sorry. Man braucht nämlich eine normale Storage Box dafür. Und die habe ich auch nicht gelernt. Die haben mich aufgegessen. Okay, warte, ich guck. Vielleicht haben wir die auch irgendwo gefunden. Das kann auch sein. Kompost. Weil du hast ja die Storage Boxen, oder? Weil dann wäre es schlauer, wenn du die machst. Storage Box... Ne, ich habe keinen Kompost. Ja gut, aber du hast die Storage Boxen. So viel habe ich noch gar nicht gelernt, fällt mir gerade auf. Ist das gewollt, dass Delta draußen steht? Äh, den habe ich kurz draußen gelassen, ja. Aber ich ziehe jetzt eh wieder los. Aber ich habe keine Nago Barries mehr. Das heißt, Delta reinholen und ähm... Erstmal ein bisschen mit Mann und Barries farmen. Oder geht es mit Terra schneller? Oder geht es mit Terra schneller? Ich weiß nicht. Terra oder Manni? Manni farms halt noch Holz nebenbei. Ah, stimmt. Und bin stärker. Lass mich durch! Rrrrrr! Rrrrrr! Ey! Hm, 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 hm. So, einmal ausziehen. Dann... Dann... ... ...